Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film The Whale. In diesem Film geht es um Charlie, gespielt von Brandon Fraser, den man natürlich aus Die Mumie kennt. Der hat ein Problem und zwar, er ist dick. Nicht nur ein bisschen dick, sondern er ist so dick, dass ihm das in seinem Alltag extrem einschränkt. Charlie geht auch nicht raus, er hat so wirklich kaum Kontakt zu anderen Menschen. Nur eine gute Seele namens Liz, gespielt von Hong Chao, die man zum Beispiel aus dem Menyuu kennt. Sie ist Krankenschwester und sie schaut nach Charlie. Sie schaut nach ihm und überwacht auch so ein bisschen seinen medizinischen Zustand, macht Besorgung für ihn. Aber Charlie will und will sich wirklich nicht helfen lassen. Und Charlie schlägt sich ganz gut durch, sagen wir jetzt mal finanziell. Denn er ist Online-Dolzent und unterrichtet dann halt online und muss dafür das Haus auch nicht verlassen und so. Aber er macht ganz gutes Geld. Aber es macht ihn alles nicht wirklich glücklich. Er möchte sehr gerne seine Tochter sehen. Ellie, gespielt von Sadie Sink, die man aus Stranger Things kennt. Denn Charlie und seine damalige Frau sind halt getrennt, weil Charlie halt zum anderen Ufer gewechselt ist. Und das ist dann natürlich ein Problem gewesen. Und ja, Ellie wollte eigentlich überhaupt nichts mit Charlie mehr zu tun haben, dies, das und so. Aber eines Tages steht sie dann tatsächlich bei ihm vor der Tür. Und Charlie ist super glücklich, dass sie da ist und so. Aber sie ist nicht wirklich sehr freundlich und Charlie macht mit ihr eine Vereinbarung. Denn er verdient, wie gesagt, gutes Geld. Und er würde ihr sein ganzes Geld vermachen, wenn sie mit ihm Zeit verbringt. Denn er weiß es zwar, sie weiß es vielleicht eher weniger, dass Charlies Gesundheitszustand extrem schlecht ist. Ja, soviel zur Story. Also, es ist ja eine Film, eine Verfilmung von einem Theaterstück. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Film. Ich habe im Vorfeld gehört, dass der Film diverse Preise bekommen hat. Auch einen Oscar bekommen hat, dies, das und so. Und das hat mich natürlich schon mal neugierig gemacht. Per se schon mal neugierig gemacht. Was es mit dem Film auf sich hat. Der Film ist ein ganz krasses Drama, muss man natürlich sagen. Mit einem langsamen Erzähltempo. Manche Stellen vielleicht ein bisschen zu langsam. Da hätte man den Film vielleicht doch mal ein bisschen kürzen können. Vielleicht so 10, 15 Minuten weniger vielleicht. Denn der Film hat eine Lauflinke von so circa zwei Stunden. Hätte den Film vielleicht ganz gut getan. Aber was mich mega beeindruckt hat, dieser, so nennt man das in der Filmsprache anscheinend, Fetsuit, den Brandon Fraser da getragen hat. Also man kennt ja Fetsuit ja so ein bisschen aus Big Mamas Haus. Aber der sieht sowas von echt aus. Also da hat man wirklich sich um jede einzelne Hautpore, jedes einzelne Haar, was man irgendwo haben könnte, Gedanken gemacht. Also da bin ich echt beeindruckt gewesen, als man das so ein bisschen in der Totalen gezeigt hat. Und dann auch so diverse Nahaufnahmen. Also wenn man es nicht besser gewusst hätte, würde man sagen, Brandon Fraser sieht genau so aus. Glücklicherweise tut er das nicht. Aber man hätte das wirklich so gedacht. Also ich möchte auch nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, den da so fertig zu machen. Das muss ja eine Arbeit gewesen sein, ohne Ende. Aber auch zum Thema schauspielerische Leistung. Also man kennt ja Brandon Fraser, sie hat so Action-Komödie wie The Mumie zum Beispiel oder vielleicht auch so ein paar andere Komödien und so. Aber da zeigt Brandon Fraser, dass er auch tatsächlich eine ernste Rolle spielen kann. Also da zeigt er mal seine komplette Bandbreite. Dass er wirklich auch mal nicht dieses Humorvolle machen kann, sondern wirklich richtig ernst, richtig dramatisch und das alles. Und ich bin da wirklich auch von stark beeindruckt. Auch die anderen Schauspieler, Liz und Ellie, also die Charaktere wurden auch super gut gespielt. Wirklich gut. Und auch noch so ein paar andere Nebencharaktere, auf die ich jetzt nicht so eingehe. Richtig gut gespielt. Alles komplett von der Bank weg. Also man kann sich da wirklich hundertprozentig in diese Person Charlie hineinversetzen. Und das alles und wie man das auch wirklich gut dargestellt hat, wie sehr so eine starke Übergewichtigkeit einen im Alltag richtig einschränkt. Also das hat man da wirklich versucht, so gut und realistisch wie möglich darzustellen. Und man hat dann richtig Mitleid mit Charlie und wünscht sich, dass die Dinge für ihn etwas besser laufen. Also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, dass da so viele Preise mitgewonnen wurden. Da hat man wirklich etwas richtig Starkes geschaffen. Wie gesagt, es ist mir echt zu lang. Also manche Sachen hätte man echt ein bisschen kürzen können. Aber das ist wirklich auch mit der einzige Kritikpunkt. Ansonsten hat man mit dem Film eigentlich alles gemacht und auch alles richtig gemacht, was man machen konnte. Nur an manchen Stellen hätte man das ein bisschen kürzen können. Dann wäre der Film wirklich richtig, richtig gut gewesen. Und welche Bewertungen ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also der Film hat eine gute Story. Der Film hat extrem gute Schauspieler. Der Film hat echt gute Maskenbildner. Also diesen Fettsuit und überhaupt die ganze Maskerade, dies, das und so. Absolut geil gemacht. Absolut geil gemacht. Also tolle Arbeit. Und dieses ganze Drumherum, die Wohnung, wo man dann so alles sieht, wie der ganze Chaos da ist und so. und auch hier Liz und das und die die Tochter. Alles so komplett unterschiedliche Charaktere. Die eine will ihnen da mehr oder weniger helfen, die andere will eigentlich mehr oder weniger das Geld haben und dies und das und so. Also es ist ein rundum guter Film. Also sehr geil. Also Brandon Fraser hat wirklich gezeigt, dass er auch ernste Rollen spielen kann. hat er uns jetzt wirklich tatsächlich eindrucksvoll bewiesen. Aber nichtsdestotrotz, also ich möchte jetzt Brandon Fraser wieder in Actionkomödien oder Komödien sehen. Da gefällt er mir einfach besser, weil ich mag ihn für die Mumienfilme einfach. Ich feier den da für diese Filme einfach richtig hart, aber das war jetzt mal eine ganz andere Sache und hat er hundertprozentig gut gespielt. Ich gebe den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil wie gesagt, mir ist der Film ticken zu lang und manche Szenen hätte man ein bisschen kürzen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber so zwischen vier und fünf Totenköpfen, also der Film hat die Preise, die er überall verdient hat, beziehungsweise bekommen hat, auch hundertprozentig verdient. Von daher geht in den Film, schaut euch den mal an, wenn ihr Drama mögt und auch Bretton Frazier in einer etwas anderen Rolle als sonst mal sehen möchtet, dann solltet ihr euch den Film auf jeden Fall mal reinziehen. Das war die Filmbewertung zu The Whale. Wenn euch gefällt, was ich mache, drückt doch mal den Abo-Button und den Like-Button und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung rein. Sobald ich den Link habe, wo man den Film The Whale vorbestellen kann, werde ich ihn mit da reinpacken, aber ich habe auch ein paar andere Links, die für den einen oder anderen für euch interessant sein könnten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.